Hi Leute, Willkommen zurück in dieser wunderschönen neuen Aufnahme. Heute werde ich mit euch wieder ein bisschen Cleverbot machen. Okay, was fragen wir denn erstmal? So, wir machen erstmal so, hallo, damit er auch wenigstens auf Deutsch eingestellt wird. Ja, genau, so macht man das heutzutage. Wie heißt du? Ja. Solange geben wir mal unseren echten Namen ein. Wie es aussieht, Leute, ist mein Name schön, ne? Ich gebe jetzt einfach mal in Köln ein, aber ich wohne überhaupt nicht in Köln. Aber in der Nähe. Ja, genau. Ähm, immer einfach mal cool. Na, sagen wir jetzt eh. Ähm, ich, dich, auch, Mensch. Ich, ich. Ähm, okay, wenn er unbedingt will, ne? Okay. Gerne. Ich weiß sogar, wo das ist. Ähm, okay, cool. Sagen wir einfach mal. Ja. Sagen wir einfach mal, ja. Der ist ja ganz nett. Ich auch. Ja. Ja. Ich auch. Ha. Hallo. Okay, Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, gebt mal Leiter.